Moin Moin und ganz herzlich willkommen zu den Interviewfragen zu Kerbal Space Proven 2, die wir Nate Simpson stellen konnten im Creative Director von Star Tilly Studios. Er arbeitet an KSP 2 und ich hatte die große Chance ein Interview auf der Gamescom führen zu dürfen am Mittwoch diese Woche. Ich selber konnte leider nicht da sein, deshalb erstmal einen ganz ganz fetten Shoutout an den lieben Holzritter, der für mich das Interview übernommen hat und meine und eure Fragen zu Nate getragen hat, um sie da zu stellen. Und wenn ihr euch auch dankbar zeigen wollt, dann guckt doch mal in die Videobeschreibung, da ist nämlich der Kanal vom Holzritter verlinkt. Guckt gerne mal vorbei, lasst ihm ein Follow da, da freut er sich auf jeden Fall. Und von mir noch mal vielen lieben Dank. Ich habe ziemlich viele Antworten gekriegt, ziemlich viele sehr ausführliche Antworten. Ich habe allerdings nicht die Möglichkeit es direkt abzuspielen, sondern kann es mit meinen eigenen Worten wiedergeben, was aber auch hilft, weil ich es euch dann natürlich auf Deutsch übersetzen kann und ein bisschen spekulieren. Genau das würde ich tun. Ich würde euch mal die Frage vorlesen und dann auch gucken, dass wir sie hier im Ticker mit einblenden, dass ihr wisst worum es gerade geht und dazu dann ein bisschen erzählen. Ich habe natürlich mit der wichtigsten von allen Fragen angefangen, nämlich braucht eine gute Rakete eigentlich Winglets oder wie ihr sie kennt sogenannte Glücksflossen. Eine sehr wichtige Frage und was Nate dazu sagt ist, dass er glaubt, dass das einzige, was eine gute Rakete eigentlich wirklich braucht, steuerbare Antriebe sind. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Er hat es dann noch mal genauer gesagt und auch gesagt, dass es eigentlich sogar nur ein steuerbares Triebwerk sein muss, dass man mal mindestens braucht. Aber er hat dann noch mal den Weg zurück auf die richtige Antwort gefunden, nämlich dass Winglets prinzipiell natürlich optisch sehr ansprechend sind und hat sich zum Schluss pro Winglet bekannt und gesagt, dass natürlich aus dem optisch ansprechenden Grund auch die Winglets im Trailer an den Raketen verbaut sind. Winglets sind also eine super Sache. Wir sind uns alle einig, auch Nate sieht das so und wir werden hoffentlich weiterhin sehr viel mit Glücksflossen arbeiten. So, die hatte ich eingestreut auf jeden Fall für meine persönliche Glückseligkeit. Das musste ich unbedingt wissen. Jetzt kommen wir aber mal zu den richtigen Fragen. Die nächste Frage war, wie fühlt es sich eigentlich an, an einem Spiel zu arbeiten mit so einer leidenschaftlichen Community wie Kirby Space Pro? Man muss ja der Fairness aber sagen, die KSP-Community, vor allen Dingen die Leute, die länger mit dabei sind, wir haben schon sehr eine genaue Vorstellung von dem Spiel, was das Spiel ist, was das Spiel nicht ist. Und jetzt geht es natürlich darum, eine Fortsetzung, einen zweiten Teil zu machen, was sicherlich nicht ganz einfach ist. Und das war sehr spannend, weil auch am Anfang des Interviews hatte Nate gesagt, er ist sehr sehr aufgeregt, weil das wohl das erste Interview war, was er mit der Community geführt hat. Die anderen Interviews waren alle Presseinterviews. Und er sieht sich selber auch als Teil der Community. Er spielt das Spiel, also KSP, das originale, originale, aber auch originelle KSP, seit der Version 0.1.5 in 2012 und hätte damals auch selber niemals gedacht, dass er irgendwann mal die Chance haben wird, an genau diesem Titel zu arbeiten. Aber durch eben eine Serie von Zufällen, wie es so ist im Leben, ist er eben an den Punkt gekommen, dass er heute die Möglichkeit hat, daran zu arbeiten. Und er ist sich selber nicht ganz sicher manchmal, ob er eigentlich wach ist oder ob er noch träumt. Und scheint das sehr, sehr zu genießen, an diesem Spiel arbeiten zu dürfen. Und empfindet eine große Verantwortung dafür, eben ein Spiel zu erschaffen, dass dieser Community, also uns als Spielern von KSP 1 auch wirklich gefallen wird. Er selber sieht seine Rolle in dem Entwicklungsprozess als Creative Director vor allen Dingen eben auch darin, diese Community und unsere Ansprüche mit zu vertreten. Und sein Eindruck ist mit den Kommentaren, die er nach dem Release des Trailers auch so gelesen hat, dass eigentlich alle auf der gleichen Seite sind, alle das Gleiche wollen, das Gleiche sehen wollen, das Gleiche machen wollen in dem Spiel und gemeinsam Riesenspaß haben wollen. Also von daher große Verantwortung, aber auch sehr, sehr glücklich mit dem, was er da tut. War eine Frage, die, die fand ich alle, war eine Antwort, die fand ich persönlich sehr super. Es freut mich sehr zu sehen, dass wir da jemanden von uns auf der Seite der Entwickler sitzen haben. Ich glaube, das wird dem Spiel sehr helfen. Das ist noch kein Garant für alles, das ist trotzdem noch ein Haufen harte Arbeit, aber ich glaube, damit ist natürlich schon mal sichergestellt sein, dass so ein bisschen der Kern von dem, was KSP ausmacht, gewertschätzt wird in der ganzen Geschichte. Also fand ich schon mal eine sehr, sehr interessante Antwort auf diese Frage. Die nächste Frage ist, was sind die hauptsächlichen Unterschiede zwischen KSP 2 und KSP 1? Das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage. Nate hat das auf zwei Ebenen beantwortet. Einmal so ein bisschen den technologischen Level genommen und einmal so ein bisschen den Spielfeature Level. Auf dem technologischen Level ist es so, dass sie die Architektur des Spielcodes komplett überarbeitet haben, um einigen der neuen Dinge, die sie jetzt einbauen in KSP 2 überhaupt erst zu ermöglichen. Ein ganz großes Beispiel ist Multiplayer. Das hat er auch nochmal gesagt. Multiplayer ist eine der Kernkomponenten auf der Liste der Dinge, die sie in KSP 2 haben wollten. Und das war eben auf der Code-Basis von KSP 1 nicht möglich, einen guten Multiplayer auf der Tech-Basis zu bauen. Und ebenfalls wollten sie noch viel mehr der technischen Innereien der Modding-Szene verfügbar machen. Und auch das haben sie jetzt ein bisschen anders strukturiert, weil sie die Modder als einen sehr, sehr wichtigen Teil der Community betrachten und sicher gehen wollen, dass die Modder mit dem neuen Spiel auch wirklich glücklich sind und gut arbeiten können. Und er ist als jemand, der selber auch sehr gern gemoddet KSP spielt. Super gespannt darauf, was die Modder mit den neuen Spielzeugen anstellen werden. Also soviel zur technischen Geschichte. Spielfeature ist einiges mehr oder einiges länger, was er dazu noch gesagt hat. Da wird es natürlich auch einige Sachen geben. Ihr habt vieles in den Trailern schon gesehen. Interplanetaris, äh Interstellaris Reisen, entschuldigt bitte. Das heißt, es gibt neue Sternensysteme. Hier möchte ich mal ganz explizit im Kommentar auch darauf hinweisen, in allen Aussagen, die Nate gegeben hat, spricht er in der Mehrzahl von Sternensysteme. Also ist glaube ich in anderen Trailern auch schon bestätigt oder in anderen Interviews auch schon bestätigt worden. Wir gehen fest davon aus, dass es Sternensysteme sind. Nicht nur ein weiteres Sternensystem, sondern wirklich, wirklich mehrere. Mit natürlich neuen Planeten und Monden. Der Tech Tree ist deutlich erweitert worden für fortschrittliche Antriebe und Treibstoffe. Es wird zwei neue Core-Größen geben. Also Core-Größen sind, ihr kennt das als die 0,625, die 1,25. Mittlerweile über Making History ist das 1,8 da mit reingekommen. Dann gibt es noch die 2,5 und ich glaube die 3,75. Ich meine, ist 5 Meter noch Stock? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich modde auch ein bisschen zu viel. Es wird zwei neue Core-Größen geben. Wenn ich den Trailer richtig gesehen habe, vermute ich, dass sie groß sein werden. Da waren ein paar sehr große Schiffe mit dabei. Und es gibt ein komplett neues Koloniesystem. In KSP-1 gab es sowas ja ohne Modding nicht. Aber um es eben möglich zu machen, dass man mit dem Space Program noch ein bisschen tiefer ins Weltall vordringen kann, wird es die Möglichkeit geben, permanente Kolonien auf der Oberfläche der Planeten und im Orbit zu bauen. Und in diesen Kolonien kann man dann ab einem gewissen Entwicklungsstand Raumschiffe bauen. Er sagt Vehikel, aber es geht wohl vor allen Dingen um Raumschiffe. Bestimmt kann man auch kleinere Sachen wie ein Rover oder sowas bauen. Aber das Interplanetare Reisen soll wohl durch das Koloniesystem ermöglicht werden, so wie ich ihn verstanden habe in dem Interview. Und man baut dann quasi im Orbit sehr große Raumschiffe, die normalerweise durch die Größe des Vehikel-Assembly-Buildings limitiert werden. Und bestätigt auch nochmal das, wie wir im Trailer sehen konnten. Ich habe es selber ein bisschen so nicht geglaubt, aber er sagt nochmal, wir konnten im Trailer schon sehen, dass das teilweise sehr große Raumschiffe sein werden. Also es gab ja im Trailer diese eine Szene, wo ihr die Körbels mit diesem kleinen Winkstänkchen seht, neben einem unglaublich großen Raumschiff. Ich weiß nicht, ob es so so groß wird, aber er sagt nochmal, dass es vom Größenstandpunkt her auf wie bisher beispiellos ist. Also selbst Dinge, die wir selber im Orbit vielleicht bei KSP schon gebaut haben, sind wohl lächerlich klein dagegen. Und was er nochmal bestätigt hat, die Schiffe werden deshalb so groß sein, weil man eine ganze Menge Treibstoff mit transportieren muss, weil es wohl so gedacht ist scheinbar. Ich weiß nicht, ob bei allen Antrieben, aber das, was er erzählt hatte, dass man beim Interstellaren Reisen einen jahrelangen Beschleunigungs-Burn in Richtung eines Sterns macht, dann das Flip-and-Burn-Manöver, also quasi einmal rüberflippen und in die andere Richtung wieder brennen, um dann abzubremsen. Die Zuschauer von die Expanse werden wissen, was ich meine. Es ist also nicht so, dass man sagt, man fliegt jetzt los, dann kommt eine ganz lange Coasting-Phase und dann kommt man an, sondern es scheint wohl so zu sein, dass diese interstellaren Antriebe wirklich über längere Zeit brennen, dann dreht das Raumschiff um und dann wird nicht zurückgeflogen, sondern längere Zeit gebremst. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil es vor allen Dingen auch, glaube ich, eine sehr realistische Darstellung von denen ist, wie interstellares Reisen funktionieren könnte. Dann als nächste Frage das Thema Schwierigkeit. Das war vielen von euch auch wichtig, weil viele ein bisschen Angst hatten auch, was das bedeuten wird, wenn direkt von Anfang an Konsolen-Ports da sein werden. Erstens sind die nicht von Anfang an da, das wurde ja auch nochmal klargestellt, also die Konsolen-Ports und zur Schwierigkeit. Die Frage, die ich gestellt habe, war, was ist mit der Schwierigkeit? KSP soll neuen Spielern einen besseren Einstieg ermöglichen, aber wie wird die Schwierigkeit sein in KSP 2 verglichen mit KSP 1? Nathan hat vorhin gesagt, dass sie sowas haben, das nennen sie, ich übersetze es jetzt mal auf Deutsch und sage es dann nochmal auf Englisch, den magischen Diamanten der Großartigkeit. Es übersetzt sich auf Deutsch sehr eigenartig, es ist The Magic Diamond of Awesomeness. Was er damit meint ist, das Core-Gameplay des originalen KSP. Was ja als Core-Gameplay dann nochmal definiert ist, dass im Herz des Spiels baut man Raumfahrzeuge aus modularen Teilen und benutzt sein Einfallsreichtum eben mit diesen modularen Teilen, um ein Vehikel zu erschaffen, mit dem man gegen ein unnachgiebiges Universum aus physikalischen Gesetzen antritt. Also es ist halt quasi Physik, die gegen dich arbeitet und nicht irgendein künstliches Schwerer- oder Leichtermachen vom Spiel. Und das definiert er als diesen magischen Diamanten der Großartigkeit, also das Kernstück von KSP, was KSP so einzigartig, so spannend und so herausfordernd macht. Und er sagt, das ist für sie eine Kernkomponente, die ist unantastbar. Also es wird sich an diesem Kernspielprinzip nichts ändern. Das ist, was sie nicht anpacken werden, auf gar keinen Fall. Ob es herausfordernder wird, hat er gemeint, auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich ja. Der Tech-Tree wird größer, man kann das Sternensystem verlassen und interplanetar, interstellar, warum sage ich denn immer interplanetar? Natürlich kann man interstellar reisen. Das wird natürlich neue Herausforderungen schaffen. Es wird neue, also wirklich viele neue Himmelskörper wohl geben. Und diesen neuen Himmelskörper nehmen sie auch sehr ernst als etwas, was eher so eine Art maßgeschneidertes Landepuzzle sehen. Also halt die Kombination aus Schwerkraft. Gibt es eine Atmosphäre? Wie ist der Untergrund beschaffen? Wie groß? Wie weit draußen? Wo viele neue Herausforderungen auf einen zukommen, weil man im Fahrzeugdesign halt dann doch durchaus sehr knifflige Dinge lösen muss. Und von daher sagt er ja, es wird nicht leichter. Es wird eher in manchen Parts, gerade so im Endgame, wenn man auf Planeten kommt, die man noch nicht kennt, eventuell sogar ein bisschen schwerer und komplexer. Auf der anderen Seite sieht er es aber auch so, dass er die Kernkonzepte des Spiels nicht für so schwer zugänglich hält, wie man es von KSP1 erwartet. Ihr kennt das von mir auch. Ich sage es auch immer wieder gerne, dass eigentlich KSP1 nur deshalb so schwer zugänglich ist, weil die Tutorials nicht gut gemacht sind und die Konzepte natürlich nicht ganz einfach sind. Er vergleicht das so ein bisschen, dass es so ist, als ob man heute muss man so eine Klippe erklimmen. Wenn man KSP das allererste Mal spielt, die erste Experience ist halt einfach, dass es unheimlich schwer ist. Keiner erklärt einem irgendwas. Man muss eine sehr steile Klippe hochsteigen, um da irgendwie unbeschadet oben anzukommen und Spaß an dem Spiel zu finden. Und das würden sie gern mehr zu einer Art Rampe machen, also dass man halt langsam an die Sache herangefühlt wird. Er selber sieht sich als ein Evangelisten für das Spiel, der seit wirklich vielen Jahren vielen Leuten dieses Spiel ans Herz liegt. Und das kann ich super gut nachempfinden, weil es mir genauso geht. Das ist der Grund, warum ich YouTube-Videos mit Tutorials zu dem Spiel mache, weil ich es für ein großartiges Spiel halte, um sehr komplexe Konzepte sehr einfach zu erklären. Und da muss ich sagen, er spricht mir aus der Seele mit dem, was er sagt. Er zeigt es den Leuten dann und er findet es immer als frustrierend, dass sie eigentlich, mit dem Spiel dann nicht klarkommen. Sie haben halt so eine, ihre erste Erfahrung mit dem Spiel lässt sich halt einfach zurückschrecken, weil sie halt vor so viele Herausforderungen gleichzeitig gestellt werden, dass sie dann einfach sagen, okay, das soll ein Spiel sein, das soll mir Spaß machen. Ich möchte das gar nicht spielen, weil es macht mir keinen Spaß. Er sagt, das sind eigentlich schlaue Menschen, die diese Konzepte ganz einfach verstehen können eigentlich, wenn man sie ihnen richtig beibringt. Und deshalb führen sie etwas ein, was neue Spieler sehr viel besser da heranführen soll. Er nennt das so Context Aware Animations, also so Animationen, wahrscheinlich so eine Art Tutorial-Filmchen, die wissen, was gerade passiert und damit die Grundkonzepte von KSP viel, viel besser erklären sollen. Ich hoffe, ich muss dann überhaupt noch Tutorial-Videos machen. Vielleicht ist es so gut, dass ich arbeitslos werde auf YouTube. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Aber ich kann ihm da sehr beipflichten. Sie haben frühe Tests damit schon gemacht und haben wohl sehr, sehr gute Erfolge damit gehabt, also dass sie neue Spieler, ich vermute, dass sie neue Spieler haben das ausprobieren lassen und gesehen haben, dass das funktioniert. Und für sie hat sich herausgestellt, dass mit dieser verbesserten Art und Weise die Leute an das Spiel heranzuführen einfach eine Möglichkeit da ist, diese Orbital-Mechanik-Konzepte sehr, sehr einfach zu verstehen. Man muss sie eben nur gut erklären. Und diese Context Aware-Geschichte sorgt halt dafür, dass man die Erklärung dann bekommt, wenn man das Problem lösen muss. Also es wird einem halt nicht erklärt, wie man in Orbit fliegt, bevor man überhaupt über ein Orbit nachdenkt, sondern es wird einem dann erklärt, wie man in Orbit fliegt, wenn man in Orbit machen will. Oder dann erklärt, wie man dockt, wenn man das erste Mal dockt. Finde ich vom Ansatz her total gut. So versuche ich nämlich meine Tutorials auch aufzubauen, dass man so Schritt für Schritt an die Sachen rangeht und noch gar nicht alles verstehen muss, sondern immer erst dann mit dem Problem und der Lösung dafür konfrontiert wird, wenn man es wirklich hat. Und das Ziel von ihnen ist es damit eigentlich einen sehr viel leichteren Einstieg in KSP zu erschaffen, ohne das Core-Gayplay in irgendeiner Form zu vereinfachen. Eher noch, wie gesagt, durch die höhere Komplexität im Mit- und Endgame sogar zu verkomplizieren. Super interessante Antwort. Wie gesagt, viel davon spricht mir aus der Seele. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass durch mehr Technologie, durch mehr Antriebe, durch mehr Möglichkeiten, wie man eine Rakete baut, natürlich das Spiel an sich komplexer und herausfordernder wird. Und ich habe jetzt noch gar keine Vorstellung vom Interstellaren Reisen. Das wird eine super spannende Sache. Das ist eine Sache, auf die ich mich persönlich auch sehr freue, sie rauszufinden. Und ich finde es auf der anderen Seite super, dass sie sich dagegen entschieden haben, das Spiel runter zu dumpen, also dümmer und einfacher zu machen. So halt sagen, diese Kernkomponente, da ist Physik dahinter, das musst du lösen, die Raketengleichung gilt, kümmer dich drum, wie es fliegt, dass sie das beibehalten. Weil ich glaube, wenn sie daran drehen würden, wäre ein sehr hohes Risiko, dass KSP einfach nicht mehr KSP ist und nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist ein total guter Weg, um uns Veteranen weiter mit diesem Spiel auch weiter zu den Sternen zu führen quasi. Und auf der anderen Seite aber neue Spieler auf eine bessere Art und Weise an das Spiel heranzuführen. Weil ich glaube, es gibt sehr gute, sowohl englischsprachig als auch deutschsprachig sehr gute Tutorials da draußen. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Leute KSP gekauft haben, zugemacht haben und gar nicht mehr darüber nachgedacht haben, sich ein Tutorial anzugucken, weil die Tutorials des Spiels eigentlich nicht so gut abholen. Was sehr schade ist, weil dieses Spiel, und ich rede jetzt von KSP 1, bei 2 kann ich noch nicht so viel zu sagen, dieses Spiel ist halt einfach unglaublich gut und unglaublich wertvoll, um solche Sachen zu lernen. Nächste Frage. Ihr seht, das wird ein bisschen längeres Video. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich viel Material. Kannst du näher erklären, wie der Multiplayer funktionieren wird? Das war natürlich eine Frage, die hat mir auch unter den Nägeln gebrannt. Da hat er gesagt, im Moment erzählen sie noch keine Details zum Multiplayer. Der Multiplayer, wie er aber schon sagte, wird ein sehr großes, sehr zentrales Thema und sie erzählen deshalb noch keine Details, weil es wird dazu eine eigene Ankündigung geben. Es wird ein ganz eigenes Announcement, vielleicht sogar einen eigenen Trailer, mal gucken. Das hat er nicht gesagt, aber ich mutmaße jetzt einfach mal. Und der wird demnächst kommen, wo sie Multiplayer detaillierter vorstellen. Aber was er uns verraten hat, ist, dass sie während den internen Tests, als sie das erste Mal gemeinsam Multiplayer gespielt haben, er hat noch nie so viele Menschen so laut lachen hören. Er hat gesagt, das war so eine der körbeligsten Erfahrungen, die er gemacht hat. Allein, dass jemand das Wort körbelig sagt, es beweist, dass er auf der richtigen Seite der Macht steht. Wir sollen uns das so vorstellen, es ist eigentlich wie KSP spielen, nur man macht es mal mit einem Haufen Leute zusammen. Also es scheint also auch mehr als für zwei, drei Leute zu funktionieren. Und er meinte einfach nur, es ist der Wahnsinn. Also der O-Ton war, it's bananas. Also Irrsinn, wahnsinnig. Ich bin super gespannt. Mehr Informationen habe ich zum Multiplayer erstmal nicht gekriegt. Also das ist noch so ein bisschen geheim, aber scheint ein großes Ding zu werden. scheint auch ein sehr wichtiger Bestandteil des Spiels zu sein und nicht nur irgendwie rangefrickelt. Nächste Frage, die ich hatte, die geht ein bisschen mehr so für uns Space Nerds. Wird es N-Body Physics geben? Also einen kompletten Einfluss des gesamten Sternensystems? Jeder Körper beeinflusst jeden? Oder Sphere of Influence? Long story short, es wird Sphere of Influence bleiben. Die Begründungen dahinter sind mannigfaltig. Also die eine ist, natürlich ist es sehr viel Rechenaufwand, das alles zu berechnen. Das würde das Spiel sehr viel Hardware intensiver machen. Und es würde vor allen Dingen auch das Kerbal System, also das ursprüngliche System aus KSP1, was es in KSP2 auf jeden Fall geben wird, würde es zerstören. Weil das Kerbal System ist in sich nicht stabil, wenn man mit N-Body Physics arbeitet. Das funktioniert nur auf Rails, also mit der Sphere of Influence Technologie, wie wir sie kennen. Und es war ihnen unglaublich wichtig, das Kerbal System in exakt seiner Form, wie es heute ist, wieder ins Spiel mit reinzubringen. Und er hat auch ganz explizit gesagt, we are not riding this dragon, or we decided not to ride this dragon. Es erhöht natürlich auch die Komplexität und nimmt Zeit raus, viele andere Dinge zu entwickeln. Sie sind also mit dem Sphere of Influence Modell gegangen. Und er ist sich aber ziemlich sicher, dass Modder, so wie bei KSP1 auch, wieder eine N-Body Version des Spiels ermöglichen werden. Und er ist sehr gespannt darauf, was dann passiert, also wie das funktioniert. Er hat nochmal darauf hingewiesen, auch im Trailer sieht man ja das binäre Planetensystem. Er freut sich darauf zu sehen, wie das mit N-Body Physics funktioniert. Sie haben einen Weg gefunden, das mit ihrem Gravitationsparadigma, also mit einer Sphere of Influence darzustellen, dass es funktioniert. Da bin ich übrigens auch sehr gespannt drauf, wie das funktioniert mit dem Binärplaneten. Aber er ist sehr gespannt darauf zu sehen, wie das dann eventuell mit N-Body Physics geht. Aber wie gesagt, wenn dann nur über Mods. Kernspiel, definitiv keine N-Body Physics, Sphere of Influence. Das bleibt also gleich so, wie es bei KSP1 ist. Nächste Frage. Es wird Kolonien geben, aber sieht es mit Live-Support aus? Gibt es Pläne, Live-Support in das Spiel zu integrieren? Die Antwort darauf war sehr, sehr kurz. Es ist jetzt noch zu zeitig, in dieses Detaillevel zu gehen. Ich weiß nicht, wie ich es interpretieren soll. Es ist kein Nein. Es ist aber auch kein Ja. Ich kann es euch nicht beantworten. Ich vermute, Achtung, ab hier beginnt starke Mutmaßung meinerseits. Ich habe keine weiterführenden Informationen. Ich mutmaße, dass es irgendetwas in der Richtung geben wird, wie Kolonien sich entwickeln. So. Es gab in einem anderen Interview, das hatte ich in meinem nicht drin, aber ich habe es in einem Video gesehen, gab es auch schon eine Andeutung, dass zum Beispiel Kolonien wachsen werden, wenn man Milestones triggert. Also die KSP-1 Milestones kennt ihr auch. Das erste Mal im Mond-Orbit, das erste Mal auf dem Moon gelandet, das erste Mal die Influence 4 des Moons verlassen. Das sind so Milestones, mein erster Orbit. Und dann wachsen Kolonien wohl, weil die Kerbils das feiern. Ähm. Offensichtlich mit Fortpflanzung. Ähm. Und... Ich vermute, es wird noch weitere Mechaniken geben, die eventuell etwas ähnliches wie Live-Support sind. Ich gehe davon aus, dass es später dazu noch mehr Informationen gibt. Ich gehe auch davon aus, dass es zu den Kolonien noch mehr Informationen geben wird, als im Moment rausgegeben werden. Und dann bin ich mal gespannt. Aber Live-Support, weder ein Ja noch ein Nein. Es ist zu zeitig, um etwas dazu zu sagen. Da wird also vielleicht noch etwas kommen. Okay, dann gab es von ein paar von euch die Frage, ob es eine deutschsprachige Konsolen-Version von KSP-2 geben wird. Weil es wohl so ist derzeit, dass wir auf dem PC zwar eine deutschsprachige Version haben. Auf den Konsolen aber nicht. Ähm. Das kann er leider nicht so genau sagen. Weil das nicht Teil seines Aspekts ist, den er am Spiel macht. Ähm. Er weiß, dass das Spiel in sehr vielen Regionen lokalisiert wird von Anfang an. Ähm. Aber er weiß es nicht. Er ist sicher, dass Private Division dazu mehr sagen kann. Ich habe auch schon Kontakt zu Private Division aufgenommen und hoffe mal, dass ich da demnächst was rausfinde. Das würde ich euch dann natürlich nachreichen. Ähm. Vielleicht in Kommentarreihen oder auf dem Community Teil meines YouTube-Kanals. Äh. Sobald ich da was weiß. Ähm. So wie er klang, scheinen sie aber wirklich in sehr vielen Regionen zu lokalisieren. Und es würde mich wundern, wenn sie es für ein PC tun. Also auf Steam steht auch schon explizit bei KSP-2 Deutsch als Sprache mit drin. Es würde mich sehr wundern, wenn es auf den Konsolen dann nicht käme. Ich gehe davon aus, dass ja. Ich werde aber nochmal nachfragen und euch hoffentlich dazu nochmal bessere Informationen liefern können. Dann war die nächste Frage, ob es eine Early Access Phase geben wird, wie bei KSP-1. Die war ja bei KSP-1 ehrlich gesagt länger als die bisher existierende nicht mehr Early Access Phase. Ähm. Da hat er nur gesagt, das ist noch soweit in der Zukunft, dass er es nicht sagen kann. Ähm. Ist also noch nicht ganz klar, ob es dann eine Early Access, eine Beta-Phase in irgendeiner Form geben wird. Ähm. Ich denke, die Informationen werden wir kriegen, wenn es soweit ist. Entweder wird das Spiel irgendwann veröffentlicht oder es wird irgendwann in der Early Access Phase gestartet. Wir werden sehen. Sehr spannende Frage, die ich auch nochmal richtig gut fand. Äh. Danke an euch nochmal dafür übrigens. Äh. Wird das Wetter geben? Wird das Wettereinfluss auf Raketenstarts haben? Ähm. Wettereinfluss auf Raketenstarts. Also ein Spiel, das immer mehr erweitert wird und verbessert wird über die Zeit. Und für ihn ist so das Thema Wetter, äh Wind und solche Geschichten, äh. Eine tolle Idee für spätere Erweiterungen des Spiels. Er meint, die haben ein riesiges Backlog von Dingen, die sie total toll finden würden. Die sie jetzt aber am Anfang noch nicht einbauen können. Weil sie klar auch irgendwann mal fertig werden müssen. Mit so einem Spiel. Ähm. Aber Wetter findet er eine tolle Idee. Im initialen Spiel wird es aber kein Wetter geben. Nächster Punkt. Interstellaris Reisen. Das war natürlich auch ein ganz großes Thema aus dem Trailer. Man sieht Orion-Triebwerke, Plasma-Triebwerke, Fusionstriebwerke. Gibt es noch andere Technologien, mit denen wir rechnen können. Wie zum Beispiel Solarsegel. Oder ein Curbstein Drive. Ich habe extra Curbstein Drive gesagt. Ich hoffe ihr wisst alle, dass ich den Epstein Drive meine. Ähm. Und er hat auch gleich nochmal gemeint. Aha. Curbstein Drive ist wohl eine Referenz zum Epstein Drive aus Die Expanse. Äh. Und hat nochmal gemeint, dass sie alle Expanse sehr, sehr, sehr lieben. Und große Fans sind. In ihrer internen Planung sprechen sie übrigens vom Mid-Game. Wenn sie vom Mid-Game von KSP-2 reden in der Planung. Sprechen sie von der Expansion. Also wie sich die Curbizern ausbreiten. Also ich vermute übrigens, dass dann im Mid-Game also die Expansion auf andere Sternensysteme stattfindet. Ähm. Und was er zu den Antriebssystemen meinte. Sie haben ein paar Antriebssysteme im ersten Trailer gezeigt. Sie wollen einige der Technologien aber vorerst noch ein bisschen geheim halten. Damit wir sie später als einzelne Announcements sehen können. Also da wird so nach und nach auch noch ein bisschen mehr Futter für uns kommen. Ähm. Was er aber schon mal sagt ist, es gibt viel mehr Triebwerkstypen als im Trailer gezeigt worden sind. Ähm. Und de facto ist es wohl so, dass im Trailer ein Triebwerk gezeigt wird. Ich habe die Szene auch noch nicht gefunden. Ich glaube es ist die Szene wo sie auf der Kolonie landen. Da sieht man so am am rechten Bildrand so ein Teil des Triebwerks. Und ich konnte es auch noch nicht ganz einstufen was es ist. Aber ich glaube das ist die Szene. Ähm. Legt los. Ähm. Und benennt alle Triebwerke die ihr im ersten Trailer seht. Das war die Antwort auf die Frage. Was ich damit rausnehme ist. Okay cool. Ich freue mich sehr. Also es ist nicht so, dass die zwei, drei Antriebsarten die jetzt im Trailer. Vielleicht ja mehr, weil wir sie noch nicht erkannt haben, gezeigt worden sind. Sind nicht die Antwort auf alles. Also er hat zwar nicht explizit darauf geantwortet ob es Solarsegel geben wird. Ob es Kerbstein Drives geben wird. Ähm. Aber er sagt es gibt viel mehr Triebwerke als diese, die sie gezeigt haben. Also es gibt nicht nur Orion. Es gibt nicht nur Plasma Triebwerke. Es gibt noch viel mehr. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich so Stück für Stück gefüttert bekommen. Was das sein könnte. Und wir hoffentlich sind wir alle. Also ich vermute, dass es über Twitter oder YouTube oder sonstige Kanäle da nach und nach News geben wird. So. Also wir kommen langsam zum Ende mit den Fragen. Ich habe noch zwei für euch. Nämlich einmal noch. Ein KSP. Also im Original KSP. Wurde die Funktionalität von EVRs. Also von extra vehicular activities. Wenn man aussteigt und einen Raumanzug anzieht. In den letzten Updates sehr erweitert. Wie sieht es aus? Wird bei KSP 2 dieses Thema fortgesetzt und noch erweitert? Also gibt es mehr Möglichkeiten, was man mit KSP 2 tun kann? Und bleiben wir bei den drei Klassen, die es momentan gibt. Also den Piloten, den Wissenschaftler, den Ingenieur. Ähm. Oder wird es noch neue Klassen geben? So. Genau. Dazu sagt Nate nur sehr mysteriös, also auch der Aufklärungsfreund, dass sie ein paar Dinge an den Kerbel-Identitäten geändert haben. Er darf dazu aber jetzt noch nicht mehr verraten. Aber er darf dazu jetzt noch nicht mehr verraten. Das heißt, es hat sich definitiv was geändert an Kerbel-Identitäten. Also es könnte neue Klassen geben. Vielleicht gibt es auch mehr Attribute als Dummheit und Mut. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er weiß es, aber er darf noch nichts sagen. Und da wird in Zukunft auf jeden Fall auch noch was kommen. Also auch noch ein Announcement, auf das wir uns noch freuen können, was noch ein bisschen mehr revealen wird. Und letzte Frage meinerseits an ihn war, Modding hat viel für KSP 1 getan. In KSP 2 sollen weitere Kernmechaniken verfügbar für Modder sein. Kannst du ein Beispiel einer solchen Mechanik nennen? Darauf hat er gesagt, dass er es leider nicht kann. Weil er halt als Creative Director nicht so technisch ist, dass er das beantworten könnte, ohne dabei ziemlich dumm zu klingen. Und das kann ich verstehen, dass er das nicht machen möchte. Er hat aber auch nochmal explizit gesagt, dass zum Thema Modding und was genau da möglich sein wird, sehr bald mehr veröffentlicht wird. Also falls ihr Modder seid und gerade zuguckt, freut euch drauf. Da kommt auch noch mehr Information. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr deutlich erkennbar, dass mehr Mechaniken freigelegt werden sollen. Was es genau ist, ich habe es versucht herauszufinden. Gibt es aber keine Aussage. Oder es gibt deswegen noch keine Aussage dazu, weil Nate wahrscheinlich einfach der Falsche war, an dem man so eine Frage stellen konnte. Das waren so die Fragen, die ich insgesamt gestellt habe. Mein persönlicher Eindruck ist, ich bin... Der Hype Train ist ein bisschen schneller geworden bei mir. Und wir sind sehr, sehr gut unterwegs in Richtung Hype Station. Als langjähriger KSP-Player bin ich natürlich auch immer sehr skeptisch. Was wird so ein neues Spiel mit unserem Spiel anstellen? Oder mit unserem Lieblingsspiel. Aber das Interview mit Nate, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich sehr positiv gestimmt. Und das heißt noch nicht, dass damit sichergestellt ist, dass alles ideal klappen wird. Oder dass das Spiel keine Bugs hat. Oder dass das Spiel nicht auch ein paar Sachen komisch machen wird. Aber im Kern ist Nate halt einer von uns. Er ist ein KSP-Fan und er will KSP... Es kommt mir vor wie eine Erweiterung von KSP. Es wirkt eigentlich auf mich nicht so sehr, als ob es so auf Zwang ein neues Spiel werden muss. Sondern eher ein Spiel jetzt nochmal mit dem Erfolg von KSP 1 zu bauen. Dass all das sein kann, was KSP 1 hätte sein können. Wofür wir... Wir sind alle... Also viele von euch, die bei mir zuschauen, kennen das ja auch. Ich bin auch sehr modding-lastig teilweise unterwegs. Wir frickeln halt viel an KSP ran, um diese Funktionalitäten rauszubekommen. Und ich glaube, KSP 2 kann uns auf ein ganz neues Level heben von dem, was wir mit diesem Spiel machen können. Während es viele von den Kerngame-Mechaniken, die wir so schätzen an dem Spiel, wirklich beibehält. Ich bin genauso gespannt wie ihr auf die weiteren Dinge, die veröffentlicht werden. Das sind alle Fragen, die ich stellen konnte. Vielen Dank nochmal an Holzritter und vielen Dank natürlich auch an Nate für die offenen und ehrlichen Antworten. Ich freue mich sehr darauf, in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr zu erfahren. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir gerne auch in den Kommentaren mal schreibt, wie ihr zu diesen Antworten steht. Und vor allen Dingen, ob ihr noch weiterführende Fragen habt. Falls ich nochmal die Chance bekomme, diese irgendwo zu stellen, dann werde ich natürlich gerne auch auf eure Fragen Rücksicht nehmen und die mitnehmen. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020